hallo willkommen bei hallo elke hallo hallo heute kochen wir Kassler sehr lecker mit Schupfnudeln Karotten und Porree das wird alles karamellisiert und schön vermischt toll wow lecker und wir teilen es mit euch das wird was das wird was wie immer jetzt tun wir das Kassler in die Pfanne braten es schön an Bist du brown kriegst du brown hier wird uns Sampf einfach vermixen und jetzt die Karotten schön über den Kassler und den Schupfnudeln jetzt habe ich noch die Butter reingetan um das ganze dann zu karamellisieren um ehrlich zu sein und dem Goni genommen werden wir das ganze eigentlich nur auf genau das ist unser healthy Gericht und jetzt wird abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer Curry und Kräuter Pferdestäper Guck mal da Guck mal da Lecker 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 Wow das schmeckt aber gut ESPER Gelderland Guck mal da Guck mal da